Und nach hinten kannst du das, wenn es abtut, hier tue ich keinen Dreck, nichts, kein Dreck, nichts, haften dran. Kein Scheiss, Scheiss, irgendwas, nichts? Nein, nein. Du tust dir das mit spülen, tust du das... Ja, und noch das Bier neben dir. Oder, siehst du, das ist jetzt nicht nass, oder? Ja, ja. Dann nach hinten kannst du das einfach wieder da rein. Dann ist das wieder gut. Ja, und wenn du, wie du putztest, musst du jetzt allen mal zeigen, wie du putztest. Weißt du, wenn du auf der Seite nicht alles so verschissen hast. So, oben, oder? Ich sehe es. Ja. Dann hast du das weit so unten. Ja. Gerade da drüber. Und nach hinten kannst du das schön so unten durchfahren. Und das geht bis oben. Oder, ohne dass du grosse Dinge machst und die Moppen den Dreck wegnehmen, oder? Ja, aber auf der Seite auch. Und wenn der Scheissdreck dran ist, dann kannst du das so putzen, oder? Dass sie mit ihnen oben. Und vor allem bleibt es eben... Hast du nicht gerade den Scheisser? Nein, habe ich eben nicht. Das bleibt nach vorne sauber, oder? Ah, okay. Und dann überstehen... Auf Silikon ist die 3-Hall-Garantie. Auf Silikon? Ja.